Erlebe mit deinen Liebsten die romantische Weihnachtskomödie. Was jetzt kommt, ist wirklich romantisch. Von Paul Feig, Regisseur von Brautalarm. Ich liebe ihn. Autorin Emma Thompson. Cheers! Und mit der Musik von George Michael und Wham. Ta-la! Ich meine, wer kauft sowas? Dieses Ding ist echt fürchterlich. Last Christmas, ab 14. November im Kino.